Eheheheh. Gertrug. Stürm. Sterbi. Ich glaube ich war auch. Es ist ja schon erstaunlich, dass ich mit Fraps 17 Frames habe. Eheh. Ja, da kann man mal weiter vorrücken. Ja, Rakete online. Wow. Oh, schon sieht das Bacher hier. Oh, voll. Das ist alles, was diese Basis zu bieten hat. Ich meine, die Stadt gerade hat so einen Raketenabwehr geschickt und die hier... Das ist so kalt. Was ist denn das hier immer noch? Rakete online. Wiederholen. Rakete online. Ich kümmer dich wieder. Ich kümmer dich wieder. Guter Schuss. Das waren mindestens drei Treffer. Komm oooon. Okay, ich bin im Oberbot. Deckung geben. Ich brauche ein paar Minuten. Ach, ich bin online. So, ich weiß nicht. 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 Was ist das? Mehr als fünf Treffer! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Hatten wir noch einen Lesser-Furship gespielt? Ich muss ja nicht heilen, die Worte sagen... Entschuldigung, ich sag ja gar nichts mehr... Verdammt! Jaaa... Wie, ob jetzt was los ist... Stopp! Freisdine! WOOOOOOH! Wir sehen, Rackete gestartet! Rackete in der Luft! Rackete in der Luft! Code Schwarz! Code Schwarz! Ohhhh... Damn! 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 Kurze Pause, gleich wieder!